Norddeutscher Rundfunk 2021 Und für ihn heißt es jetzt Sag die Wahrheit! Und das ist das Rate-Team Kim Fischer Mike Krüger Ursula Cantieni Pierre M. Krause Und hier ist Ihr Gastgeber Michael Amtwerpes Liebe Freunde der gepflegten Abendunterhaltung Die Dinger Die kennen wir doch noch aus den 70er Aus den 90er Jahren Wir haben damals als Kinder immer versucht Die nach vorne zu werfen Das war ja langweilig Aber wir sind oft gescheitert Diese drei Herren allerdings werden uns später Kunststücke vorführen Die sind preisgekrönt Champions sind das alle drei Aber nur einer ist der Jojo Champion Hier sind die Infos Ich heiße Jan Bin Jojo Künstler Und trete mit meinen Kunststücken An Schnur und Rolle auf Ja das Jojo aus den 70er Jahren Feiert schon lange ein Comeback Und dabei sind nicht nur Material und Form Sehr unterschiedlich sondern auch die Disziplinen So kann man mit einem Oder auch zwei Jojos auftreten Es gibt von der Schnur gelöste Oder auch die mit Gegengewicht Inzwischen bin ich professioneller Jojo Spieler Und seit einiger Zeit trete ich mit einem Partner auf In der Teamkategorie sind wir mehrmalige Europameister Und schon zweimal Weltmeister geworden Freut sich Jan der Jojo Artist Das ist doch mal was Kim bitte Mei 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 Sogar ein Weltmeister Also Kandidat Nummer drei Haben Sie das früher schon auf dem Schulhof immer gemacht? Ja doch So hat es eigentlich angefangen Und dann wieder entdeckt irgendwann Oder immer dran geblieben? Ich bin immer dran geblieben Ok Kandidat Nummer zwei Welche Figur ist die Eine ihrer Lieblingsfiguren? Das ist der Danger Zone Warum? Ja das ist ein Trick Wo man Akrobatik und Jojo verbindet Kandidat Nummer eins Lampenfieber ist ja grundsätzlich Nicht so gerne gesehen Ist aber auch ein schlechter Berater Gerade bei Jojo Wie gehen Sie damit um? Haben Sie Lampenfieber? Also an sich Dieses Lampenfieber Habe ich jetzt nicht In der Form Aber man ist natürlich Von dem Auftritt immer aufgeregt Weil je nachdem Was machen Sie dann dagegen? Dass Sie sich wirklich auf die Figuren und alles Ach Kandidat Nummer zwei Wie viele Disziplinen gibt es denn? Im Jojo gibt es sechs Wettkampf Disziplinen Aha Kandidat Nummer eins Was sind das für welche zum Beispiel? Also zum Beispiel gibt es da die Offline Also wenn dieses Jojo nicht mit der Schnur verbunden ist Das ist natürlich Nicht mit der Schnur verbunden Wie geht denn das Kandidat Nummer drei? Ja Also man wirft das Jojo hoch Und fängt es wieder auf der Schnur Ach so Dann muss man einen Trick anwenden Dass es wieder aufgerollt wird Kandidat Nummer eins Zweimal Weltmeister Unprofessionell betreiben Sie das? Kann man davon leben In so jungen Jahren? Also in dem Fall Ich lebe Danke Ja ja unbedingt weitermachen Nummer eins Das wollte ich ja auch fragen Gut also ich kann mittlerweile davon leben Es hat wirklich als eine ganz kleine Sache angefangen Nummer eins Darf ich jetzt noch Ihren Nachnamen erfahren? Nö 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 Bin er nicht Das finde ich aber ungerecht Das ist der Künstlername Ja Und Nummer zwei Was für Material brauchen Sie um möglichst gut arbeiten zu können? Ja Wichtig sind die richtigen Jojos Jojos sind Hochpräzisionsgeräte Ja Hochpräzision Mit einem Kugellager drin Damit das Jojo richtig lange dreht Wie schwer ist denn so ein Kreis oder dieser? Das kommt ein bisschen drauf an So zwischen Material Danke Früher war das so ein Hartgummizeug Kann ich mich erinnern Holz kann ich mich auch erinnern Holz auch Ja stimmt Plastik auch Nummer eins Sie sind relativ jung, ne? Ja Ich bin relativ jung Wahrscheinlich darf ich Ihr Alter nicht wissen Aber sagen Sie mir Nachnamen mal ganz schnell Nein Danke Also ich Ist der Jojo oder das Jojo ist das wirklich hip? Ich dachte dieser Spinner ist jetzt gerade der angesagte Shit Also diese Fidget Spinner die finde ich ein ziemliches Kindergartenspielzeug Ja Damit kann man ja keine Artistik machen Das Jojo in dem Fall Es hat früher natürlich auch auf dem Schulhof angefangen Aber es ist eine Sache die man wirklich sehr artistisch betreiben kann Also die anderen haben auch mit dem Jojo gespielt Das ist gerade Das macht man jetzt gerade so Ja Okay Also es ist noch nicht so ein Trend wie das jetzt damals war Nummer zwei Sie können auch davon leben Das ist Ihr Beruf Genau Was haben Sie denn bei der Umsatzsteuervoranmeldung an? Das darfst du auch nicht wissen Gut, das ist am Schluss gefragt Ja Ja das geht dann doch zu sehr Name, Umsatzsteuervoranmeldung Nein Wo kann man da hin? Geburtsdatum Also wir haben drei junge, hippe Kerle Bin sehr gespannt wer es wirklich ist Vielleicht ja Nummer eins Der Jüngste in dieser Reihe Der kein echtes Lampenfieber kennt Uns aber die Disziplin offline näher gebracht hat Er kann davon leben Mittlerweile hat er gesagt Anfänglichen Schwierigkeiten Und bezeichnet diesen Fidget Spinner als Kindergarten Nummer zwei Mit seiner Lieblingsfigur Danger Zone Warum ist diese Lieblingsfigur? Sehr akrobatisch ist sie Sechs Wettkampfdisziplinen gibt es insgesamt Einige werden wir später sicher sehen Hochpräzisionsgeräte sind das Ganze Auf Kugellager und Umsatzsteuer Wollte er Pierre nicht verraten Nummer drei hat schon auf dem Schulhof angefangen Und seither nicht mehr damit aufgehört Ist also gerade erst zehn Jahre her Er kann den Jojo wieder auffangen Wenn er ihn ohne Rolle hochgeworfen hat Oder ohne Seil und Schnur Ohne dass es runterfällt Das ist eines der schwierigsten Kunststücke Die beherrscht die Nummer drei Aus dem FF So Jojo Spieler So Jojo Kim bist du schon irgendwie Kandidat Nummer eins Ich möchte nicht ausflippen Ich gelinde gesagt Bin ich ein bisschen vernarrt in sie Und in ihre Brille Und ich wünsche mir Dass wir sie hier nochmal wiedersehen Und dass irgendwas anderes Irres mit ihnen hier noch passiert Aber Kandidat Nummer drei Der Schweizer Ich glaube, dass sie diese Ruhe haben Und gleichzeitig diesen Vulkan in sich Den wir jetzt noch nicht erahnen konnten Oha Mike Ich hingegen tendiere zu dem gut aussehenden Muskulösen Herrn in der Mitte Der ja auch während er noch mit dem Jojo spielt Wahrscheinlich auf einer Hand stehen kann Und Mir ein Lied singen kann Und dir noch dabei in Rose zu werfen Von daher nehme ich Nummer zwei Echt? Ja, okay Ursula? Nein Ich bin sehr gespannt Ich bin da anderer Meinung Sehr gut Nämlich das professionell machen und davon leben können Da denke ich Da denke ich Dass so ein Jungspund Wie die Nummer eins Der kann sich das noch gestatten Für ein paar Jährchen Und nachher wird er vielleicht auch zu einem seriöseren Metier überwechseln Zum Beispiel Bumerang Und Also mein Gefühl sagt Es muss die Nummer eins sein Sagst du das auch? Ich bin Ich möchte dich jetzt gar nicht kopieren Aber ich glaube auch Dass wenn man davon leben kann Dann ist das in so einer Zeit Wo man so jung ist Und auch so Sätze Und noch nicht so anspruchsvoll ist Genau Und dann macht man später Kann man ja immer noch Jojo bestimmt auch auf Diplom studieren oder so Oder Bachelor Weiß nicht Gibt's bestimmt Sie sind's So? Nein Streufeueralarm sag ich da nur Von wegen Streufeuer Ihr wisst alle überhaupt gar nichts Und habt mal blind hier Diesen Aber Einer von euch liegt mindestens richtig So viel darf ich sagen So ist es Bitteschön Ja natürlich Das ist der Jojo-Effekt Das kann natürlich nur einer wissen Das kann nur einer wissen Der seit seiner Kindheit Zwei Jojos in seiner Nase verschwinden lassen kann Mike Krüger Natürlich Immer zwei Jojos bei mir Genau Jetzt wollen wir natürlich wissen Wer ist unsere Nummer eins bitte Genau Ich bin Erich Steiner Erich Steiner Erich Steiner Ich lass meine Fingerfertigkeit Eigentlich Nicht am Jojo spielen Sondern eher auf der Tastatur Weil ich bin auszubildender Mediengestalter Aha Ehrlich Ehrlich Und die Nummer drei Mein Name ist Thomas Rellstab Ich habe auch nichts mit Jojos zu tun Sondern mit dem Element Wasser Ich bin Wasserbauingenieur Aha Jetzt sehen wir unseren Kandidaten Jan Mit seinem Partner Ivo Zusammen sind sie in Motion Und achten sie bitte auf die absolute Synchronität der Bewegungen Viel Vergnügen Ich bin Erich Steiner Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.